Mit S22 wird man eine Vitrine im Süden des Landes machen können. Ich bin Matthias Lenz, Direktor von der Brasserie National. Wir produzieren hier viele verschiedene Produkte. Das sind die Beyer Batin, Beyer Bufferding, Beyer von Brüscher und seit kurzem Lodis Wasser. Wir sind ein Familienbetrieb seit über 250 Jahren. Und jetzt sind wir mit meiner Schwester die Tink-Generation, die am Betrieb hier arbeitet. Wir verkaufen unsere Beyer natürlich durch ganz Zitzebeuerland. Und natürlich auch in Frankreich und in der großen Region. Für uns sind wir wirklich hier am Herzen von einer neuen Kulturstadt als 22. Für uns ist wirklich eine große Eier dabei zu sehen, an der endlich mal Esch gewählt wird für eine Kulturstadt. Ich denke, das ist ein größter Avantage für die Region. Auch wenn natürlich nicht nur Esch, sondern Süden, sondern auch in Frankreich und Matthäusch. Ich denke, die internationale Seite von AST ist natürlich auch wichtig, weil Schmengen und Kulturstaaten sind auch schon etwas Bekanntes durch Europa an Schmengen, sogar weltweit. Da kommen Leute von der ganzen Welt, die Kultursstaaten bei sich zu kommen. Das ist schon einen großen Avantage. Wir wollen einfach die Ökonomie vom Süden verbessern. Wir wollen eine Brauerei weisen. Wir sind stolz auf eine Brauerei. Das ist eine ganz moderne Brauerei. Und natürlich wollen wir einfach auch die Beyerkultur für Lütze überschweißen. Ich denke, dass wir endlich mal ein bisschen zusammen schaffen können, mit den anderen Kommunen für wirklich erfolgte Events zu machen. Das ist wirklich eine super Opportunität. Erschaffen Zukunft. Erschaffen Zukunft. Erschaffen Zukunft. Erschaffen Zukunft.